Mein Name ist der Maike, der wollte mich auch mal wieder auf dem Video haben. Ich wollte nur sagen, mir geht's gut und seht an mir, ich bin im Spielpunkt sportlich gemacht. Ich habe gesagt, ich wollte euch auch mal melden, weil der Maike immer probische Videos gemacht hat. Ich habe mich auch informiert darüber, was da passiert ist. Das ist nicht korrekt, wenn man auf Schwächere losgeht, obwohl, wenn jemand schwach geht, man nicht auf Schwächere ist. Ich hole jetzt ein Wuppertal und zieh dir mein Ding durch, jeden Tag. Das soll man nur sagen. Ich freue mich, dass die Maike da drin ist. Check-in. Ich freue mich, dass meine Maike da zu sehen. Heute fahren wir ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen. Ich wünsche mir alles gut und trotzdem. Auch wenn wir mehr Stress haben. Wir haben hier als Rolex zum Beispiel. Echte Rolex, die Toner haben wir nach oben, ja? Die muss jetzt wieder heilig gemacht werden. Dann repariert werden, 2.000 Euro. Dann musst du reinstecken, damit die heilig gemacht. 1.700 Euro hat die Algenberg 2.000 Euro. Ich bin doch schon bei 2.000 Euro, Jungs. 2.000 Euro Rolex. Na ja, wirklich schön, alles Gute, ja? Ciao. Echt? Ski. Ist zwar. Ein Granberg bei. Ja. Töp 100 Euro. Entschuldigung ist das auf. oder vertraert das Fahrradoraussch diret.